hallo und herzlich willkommen zurück zu foundry so jetzt kommen die bänder hier raus aber ich muss das sicherstellen dass es halt wenn ich anbau dass es von hinten auch hier rausgehen kann und kommen dann hier wenn ja und dann brauche ich noch zwei sachen ja noch dass ich brauchen maschinenteile glaube ich wenn da zwei ja ich brauche noch maschinenteile die kämen dann wieder von hier ja die bänder kann ich hier so umlegen also rum einmal einmal war nicht dich hier passt nicht ne das passt nicht der muss ein weiter rüber hier dann ist er ja wieder genau gleich oder ja natürlich ist genau gleich man da okay eingang bänder wenn da kommen dahin gehen dann aber hier so aus falls ich das anbauen will ist das okay dann brauche ich die sachen die würde ich dann gleich hier durchgehen lassen und dann fehlt mir jetzt nur noch maschinenteile ne genau so warte mal maschinenteile 1 2 für das ding 1 2 weißt du was so 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 okay okay kann ich mir das nämlich sparen so was muss da hin 2 zurück du da ran und dann wieder so ein ding nach unten und dann wieder so ein und dann passt schon mal sehr gut ja geht auch ist hier eingestellt ne natürlich nicht bänder 2 so der macht 60 und du brauchst 36 da kann ich ja zwei hier hinbauen ach mach ich denn jetzt später so muss ich bänder 2 brauch ich die für bänder 3 brauch ich die später noch ne was das kann ich womöglich ähm ja schwierig schwierig aber egal so eingang da eingang hier eingang dort bänder 2 so dann kommen die hier raus gehen habe ich noch welche nur einen okay dann mache ich noch ein oder reicht einer ich glaube einer reicht wo ist er wo ist er wo ist er wo ist er wenn ich den hier so mittig hinpack wo auch immer die mitte hier ist war hier ausgang und noch mal eingang irgendwo hier 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 Äh, nee. Nee, 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 nee. Das war nix. Da muss schon einen weiter. Okay, Bänder 2. Sehr gut. Werden hier gemacht. Zubi. So, was haben wir denn noch? So, was hatte ich noch am Stück produziert? Ähm, nee, die mache ich, wenn ich so brauche. Die auch. Hm. Hier so, ne? Das sind Baumaterialien. Fortgeschrittene Maschinenteile, ja. Stahl und... Die muss ich machen. Stahl und Maschinenteile. Okay, kann hier hin. Stahl ist wo? Wo ganz da hinten? Oh, fortgeschrittene Maschinenteile. Hm, jetzt die Frage, wie viel baue ich da? Stahl und Maschinenteile war das nur. Joa. Joa. Wart. Hier so in die Flucht. Ich schätze mal, da brauche ich ein paar mehr. Mach mal drei. Ne? Ne? Die Dinger, ne? So, dann braucht er 40. Das sind ja schon 120 Maschinenteile. Uiuiuiuiui. Okay. Eigentlich machen wir nur zwei. Also, Input Stahl. Und Eingang... Maschinenteile. Okay, also ich muss zuerst... Mh... Den hinteren hatte ich da zuerst, oder? Ja, den hinteren hatte ich zuerst. Okay. Also Stahl. Muss weg. Ich glaube, einen mehr, ne? Oben. So, und jetzt der Zweier. Ähm... Joa. Ich glaube schon. Müsste so passen. Ja. Ja. Geht. Ui. Ah, hier habe ich einen zu wenig weggenommen. Runter. Okay. So. 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 Radmaschinenteile sind doch hier vorne. Ja, das sollte doch gehen. Einen weiter hinten, ne? So. Ähm. Hier ist das Ding. So. So. Ah, pack dich da ran, komm. Okay. Ah. Ne, das geht nicht. Der muss einen weiter nach hinten. Okay. Komm. 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 Komm schon. Da hinziehen. Da. Ja. Funktioniert. Super. Runter. Äh. Okay. Bye. wh I'm landing. Oh. Okay. No. You're doing? Hier wieder Ausgang, ne? Stopp! 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 stopp stopp die dinge die müssen ja auch noch aufs band sie müssen ja kann ich so nicht machen platz mehr warum nicht denn jetzt schon wieder unnötiges da drin sobald die muss ich hier durchziehen ist das so das ist so okay das bedeutet hier muss so ein spiel dann wird das nach hinten gezogen so nein so da muss ich nicht mitmachen so man kann aber echt wenige an ja siehst du deshalb ich das ding ja noch weiter ne so ich noch mal so ein ding runter zus runter zus genau da war es doch so das wird aber ein riesiger hub ne bass ich hab bass da kommen halt echt super wenige raus macht 30 ich brauch 60 er hier macht 120 er macht 120 also kann ich ja drei hinsetzen richtig richtig so eingang war hier mit ich ne ja genau ich damit So. Passt, ne? Bänder sind egal. Wand zwei. Ja, der kann das ruhig einzeln machen, ne? Und hier habe ich hier zwei gebaut. Der macht dann zusammen 40. 40? Ich glaube, 40 ist zu wenig. Wir bauen mal noch zwei dazu. Erarsch mich nicht. Oh, Steuerung. Immer wieder der gleiche Fehler. Mann, 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 Mann. So. Eingang ist erster und letzter, ne? Okay. Eigentlich egal. Sieht aber auch schöner aus. So. So. Okay. Ja, das ist ja heavy. So, Maschinenteile. Was ist, wenn die nicht reichen? Die müssen reichen. Oh Gott, man kriegt hier nichts raus. Ich habe was vergessen, anzuschließen. Oh ja, natürlich. Ähm, ähm. Alles klar. So, Bänder 1, komm raus. Was, was sagte ich? 60. Er braucht 30, ne? Er ist 36, gut. Wird schon gehen. Ja, 6,50 sind ja da schon drin. Perfekt. So. Es wird und wird. Unser Band wird immer länger. Das müsste ja dann schon mal. So. Hier ist noch Glas mit drauf. Jo. Jo. Oh, warte. Okay. Na. Gehen wir bis hier hin. hier kann man noch ein bisschen was bauen so jetzt muss ich aber auch noch von unten ich muss hier wasser hochlegen auch hier noch kann ich das wasser vielleicht er leiten da müsste ich halt immer wissen wo wasser genau ist erst liege oben drüber machen wir aber morgen würde sagen ich bedanke mich fürs zuschauen wir sehen uns morgen bis dahin gehabt euch gut und tschüss